jetzt muss ich doch mal ganz spontan ein video mit dem handy aufzeichnen mal hier die neuen microtex anschauen die sind ja richtig geil das hier ist natürlich cool mit halb serrations die haben fette griffe aus carbon richtig geile handlage von dem ist nur ein einziges stück dabei also dann noch signature series welche nummer ich kann es nicht erkennen 306 ultra cool mit fetter kydex dann hier diese falken oder adler krallen standard ausführung silber stonewash g10 oder in der ebenfalls signature series schwarz mit karbon ebenfalls im holz das sieht aus wie so eine velaceraptoklaue da drin mit droidensichel so und dann noch mein persönlicher favorit signature series fette karbon griffschalen aber tanto klinge also nicht stören das ist ja noch öl öl auf der klinge ist ganz eben halt frisch aus der produktion ja das ist ein richtig kleiner kampfbrecheisen hier aber scharf und spitz tanto ist geil unten ist aber keine unter kann ich flach sondern unten leicht gerundet sieht cool aus davon gibt es zwei ok da würde ich da mal nicht allzu lange warten wenn sie im shop sind da wie geil sind die dinge ja cooler stoff vor allem serrations ist halt geil für ja solche paketbänder massive schnüre wellpappe oder irgend so was cs das kattet hat einfach alles man kann es wahrscheinlich selbst so metallbänder knacken klar dann sind die spitzen ab aber zwischen den spitzen bleibt immer scharf heiß heißer stoff auf silvester freunde also nicht so lange warten sobald es online ist zuschlagen jetzt ist es nicht viel das ist ratzfatz weg